Oh! Ihr seid schon da? Ach, das ist jetzt blöd. Ich hätte jetzt ein Cello vorstellen sollen und ich habe es vergessen, ein Stück, wie es geht. Was machen wir jetzt? Aber wisst ihr was, ich zeige euch einen Kollegen von mir, der spielt auch Cello und der spielt ein Stück, das ist 300 Jahre alt. Ich bin gespannt, ob euch das gefällt. Und gefällt euch das? Das ist von einem sehr berühmten Komponisten, der hat Bach geheissen. Ah, ich habe noch einen anderen Kollegen. Er ist ein bisschen ein spezieller Typ, aber er macht mega coolen Sound. Oh, das war aber schon eine wilde Sache. Ja, jetzt spiele ich aber doch noch selber etwas. Das ist ein Lied, das ihr hoffentlich kennt. Das mit dem Wann. Wann denn? Wann der Sen? Wann der Sen? Oh, wann der Sen? Ah, kennt ihr die Geschichte vom Bauer, der an die Stalltür klopft? Oh, wann der Sen? Oh, wann der Sen? Oh, wann der Sen? Oh, wann der Sen? Ah, kennt ihr die Geschichte vom Bauer? Oh, wann der Sen? Oh, wann der Sen? Oh, wann der Sen? Oh, wann der Sen?